Evelyn Eglin, eine übereifrige Geschäftsfrau. Mr. Yamashiro, Mr. Grosalma, Mr. Fujimoto. Ihre Zeit versteht sie sehr effektiv zu nutzen. Heute Abend um sechs möchte sie uns alle sehen. Oh nein, nicht schon wieder. Doch, sie meint es ernst. Evelyn ist mit ihrem Leben zufrieden, so wie es ist. Seit zehn Jahren bist du schon Witwe. Meinst du nicht, es wäre allerhöchste Zeit, um mal wieder eine Verabredung zu treffen? Verabreden? Wirklich nicht. Mutter, du siehst deinen einzigen Lebensinhalt nur noch in der Arbeit. Dann jedoch nimmt das Schicksal das Zepter in die Hand. Warum sollte ich an etwas sterben, wovon ich noch nie gehört habe? Es kommt nicht oft vor. Wie viel Zeit bleibt mir noch, bevor ich sterbe? Wahrscheinlich sechs Monate. Du willst wohin? Ich möchte einfach nur Urlaub in Mexiko machen, das ist alles. Als du das letzte Mal weggefahren bist, um sogenannten Urlaub zu machen, hast du dir neue Erfindungen angesehen. Gab es in letzter Zeit irgendwelche ungewöhnlichen Anrufe aus Mexiko? Kein einziger. Vielleicht will sie nach Mexiko wegen eines Mannes? Der unwiderstehliche, die zärtliche Kanone. Leslie Nielsen, der Star aus die nackte Kanone. Eine romantische Komödie zum Schmunzeln. Ich vermute, dass sich ihr Ehemann ausruht. So könnte man es nennen. Das Leben zeigt sich von der heitersten Seite. Ich bin eine sehr unruhige Frau. Es sieht aus, als wären wir füreinander geschaffen. Sie muss sich vor keiner Konkurrenz fürchten. Sind Sie hergekommen, um den Mann zu treffen? Oh, ich? Nein. Kein Wagnis ist zu groß. So schnell wollte ich gar nicht in dem Himmel. Aufregend und romantisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas Schönes noch einmal erleben darf. Emeline, Sie werden am Leben bleiben. Sind Sie sicher? Sie nimmt ihr altes Leben wieder auf, aber dennoch kann sie dem Mann nicht entkommen, der sie liebt. Leslie Nielsen. Wie seine Fans ihn lieben. Aber ich muss hier die Verantwortung tragen. Du warst wunderbar. Aber so bin ich nicht wirklich. Du meinst, du bist nicht bildhübsch, spontan, intelligent und sexy? Nein. Betty White, Leslie Nielsen und Ann Bagley Jr. in der unwiderstehliche, die zärtliche Kanone.